Musik 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 Hier nicht Ich hab in den Brachen ein altes Ticket zu Hause gelassen Musik 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 das ist nicht so wo hat runterhüppen noch nicht da wo muss euch noch finden Ich komm rein Komm her hier Ich bin wieder ganz krass in der Baudelle Seid ihr in der Höhle? Ja Achso hier könnt ihr runter Passiert euch nicht Okay Bisschen dunkel Ohne Frühjahr Hast du kein Foto da drauf? Nee Hab ich grundsätzlich nicht Achso Okay ich hab's drauf So jetzt können wir suchen Leute Der Dungeon ist relativ rot Ich hab echt extra nichts markiert Oder sonst irgendwas Wollt ihr nicht laufen? Der ist eine Lampe Hey Hey Auch Kitten? Auch mitnehmen Ich glaub dann ja mal die Lampe Oh Svenny geht nach unten Ich glaub die doch schöne Lampen Also Svenny geht nach unten Svenny unten ist nicht Was ist Sven jetzt hier? Hallo Oh Gott Lauter Barrels Oh alter Loot Da ist ein Spawner Heul weg Das nenn ich mal ne Armbotion Oh 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 du schick Ich freu dich Das nenn ich Ja Gefängnisszelle Wenn ihr bist du noch weiter runter gegangen oder was? Nein Wenn ihr grad durch den Spawner da wird ein Mastik los Ja jetzt links neben dir wer auch immer du bist Oh Oh Okay Zwei stück von der Sorte jungen Loot mit uns Boom Erster weg Soll wir back up vorsicht? Ja ich schon gemerkt gerade Du beim Spawner abbauen Ich hab noch was ganz anderes gemerkt Ich hab noch was ganz anderes gemerkt Die Reste der ganz besonderes intelligenten Sorte der Menschheit Wie so Weg nicht Weg nicht Weg nicht Sichern Okay Was bist du denn hier? Also ich glaub nicht dass du so holst du es nicht Warte Ich bin ruhig Hast du Video laufen? Ja Sehr toll Na klar Lass mal gleich den Platz machen Ja hab ich schon gesehen Nee Nee Ja 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 Kannst du mir nämlich gleich zu dir teleportieren Ich hab nämlich die Augen liegen lassen Ja Ist doch geil ne Ich sitz mir denn hier mal an den Tresen Und warte den Öst mal Bis denn irgendwie der da kommt Junge Alter ist das ein Neppleiter So blöd muss man mal sein oder? Jetzt mach dir die Augen liegen Ja Ja Entschuldigung Deine Dämmel Warte Du Ja Das heißt Take-Offs. Oh ja, okay. Super, ihr lacht mich wieder zu den Spinnen. Alter, die Schwerter sind heftig. Wo? 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 Wo bist du beim Spinnen? Komm zurück, komm zurück. Geh rein, geh rein. Geh durch, geh durch. Hier, Luke. Erste Kiste. Boah, Alter. Hier geht's weiter mit den Mundsachen. Boah, ey. Ey, was ist los hier, Junge? Boah, ich hab ein Banner. Hier, fette Armbrust. Die ist heftig. Den hab ich ja ja nicht gesehen. Mach so. Habt ihr eure Rucksäcke auch nicht dabei? Ja. Ich lass nicht so weit. Das ganze Baumaterial hier liegen, ne? Na ja. Ach, das soll ich doch nicht mitnehmen. Äh, liegen lassen. Ich hab noch genügend Kraft. So, mitnehmen. Ich hab zwei Spurzigarette. Aber ich nehm halt auch nicht alles mit. Ich nehm nur die wirklich guten Sachen mit. Ne, ich nehm das mal alles mit. Von dem Obsidian Claimor. Von dem Obsidian Claimor. Von dem Volt Touch. Von dem Swift Strider. Okay. In Ordnung. Was ist denn hier los? Verbreibt ihr euch eigentlich los? Ja, stopp. Hau mal die erste Kiste hier vorne weg. Hier? Ja. Die da unten drunter sind nämlich noch zwei. Okay. Oh, hier muss ich reingucken. Oh, wirklich schwer da, Junge. Ja, aber sowas lass ich liegen. Ich nehm aber den Brustpanzer mit. Sechli. Die Bombe nehm ich nicht. Und das müsse... Ne, minus 50 Zuhörer will ich die. Das wird ja wohl... Okay, doch. Nehm ich aber trotzdem mit. Plus 2 Lucky Mist, plus 8% Glück. Zum Arseln? Ja. So, wo ist der Svenny? Wo ist der Svenny? Wo ist der Svenny? Ja, den bin ich auch. Ich hab da vorne grad jemanden von euch. Huh. Ich bin grad in der Bibliothek ein paar Bücher rein. Kannst du Svenny? Ja, da war ich schon. Ja, da war ich schon. Genau, du bist super. Ja, da war ich auch schon. Ah, ihr habt schon alles durchsucht. Auf die Kisten gerannt. Äh, ich hab eine Kiste hab ich da schon. Das ist der. Ja. Okay. Und ein verzaubertes Buch halt, aber nix besonderes. Boah, hier geht der voll der Funk ab, Junge. Ist ja mit ihr nicht los, Alter. Boah. Ich bin jetzt festgepappt, Junge. Ich bin jetzt festgepappt, Junge. Ne, den Boss hab ich schon umgehauen. Was für'n Boss denn? Ne, der war hierhin gerade. Ach, du mit deinen OP-Leveln. Hm. Ich muss die Leute mal draufhauen lassen, weil da so was für ein Achievements geben. Ne, gab's nicht leider. Ach, da ist der Spawner. Rosa. Da hinten ist der Spawner. Hier drüner. Ah ja. Aber nix gefunden, ne? Ne, ja. Da sind ja auch noch anstand voll Schiffen. Okay. Hier geht's ja noch ne Etage runter, die ich gesehen hab, meine Herren. Warte, hier kann man ne Etage runter? Ja, ha, schau mal hier. Hier geht's noch ne Etage runter. Nein, hier wird's mal ne Goldene Möhre. Na denn? Hatte mal Möhre steht. Ach, komm runter hier. Uuuuuh, quatsch. Äh, hier geht's eigentlich an oder raus? Hier geht's, äh, noch ne Etage tiefer. Danke. Ne, pass auf. Äh, das ist ja was. Ja, dann müssen wir erst mal suchen. Ja, hier. Hier geht's runter. Wo ist denn hier jetzt? Da geht's runter. Na ja, warte mal. Aber wer weiß ja auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob hier. Ja, schau mal hier ist Loot. Oder auch nicht Loot. Uuuuh. Also, sorry. Hier rennst du aber auch mal alleine her und holst deine 150.000 Banner ab, ne? Du musst ja schon drei Rucksäcke voll mitnehmen, Alter. Ihr seid ja runtergegangen, oder? Ne, ich bin noch nicht runter. Ich bin zurückgegangen. Ach so. Auf die anderen Seite des Raums. Und... Gerade am Snicken hier. Oh, hier geht's noch mal runter. Das ist wahnsinnig, Alter. Aufloot. Ja. Ja. Ach okay. Das behalten wir nicht. Ja. Ist der drunter? Ja. Hier unten ist der Portal. Ja. Hier wurde ich nämlich auch gerade runter. Genau. Können wir jetzt die vorne hier weghauen? Ich glaube, in die falsche Richtung. Ja, wieder zurück in die große Halle. Eigentlich. Nö. Ja, genau. Ich bin weg. Ich bin raus. Ich bin raus. Nö, 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 nö. Ich bin raus. Ich bin auch nicht schön alleine. Oh. Das ist nicht. Das ist nicht. Wie die ganze Scheiße erschützt. Ne? Das redet doch nicht so, ja. Entschuldigung bitte. Jetzt kann. Mehr Vollfach. Ha, 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 ha. Ich muss den Mollebretz wegschmeißen. So, dann lasse ich das einfach umlagern. Wenn ihr seid ja mal rein, wir wollen jetzt in die Lava springen. Ha, ich hab ihr zwei so oder so? Ich nicht. 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Erstmal, okay, okay, machen. Die war aber auch bei, 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 bei. Äääh. Bei uns auf dem Server. Ääh. 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 Mal gucken, ob die in eine bestimmte Reihenfolge rein müssen. Oder ob die noch verzaubert werden müssen. Ääh. Warte jetzt. Könnt ich vielleicht sagen, dass gerade auch so ein Auge tropfen? Dann klatsch ich dir eine. Das ist tatsächlich mein Ernst gerade? Dann klatsch ich dir eine. Welches Auge? Das weiß ich noch nicht. Da hat er wieder Kuh gedrückt. Und ich habe nur noch drei Auge. Das geht auch auf. Ja, welches Auge hast du jetzt getroffen? Genau. Das ist gerade das Problem. Das muss ich gerade gucken. Moment bitte. Ich schau gerade von den Farben hin. Benni, kannst du noch kurz helfen? Das Schwarze liegt? Äh... Was du in der Hand hast, das liegt ja. Gut. Ein hellblaues? Ja. Ein graues? Ja, grau-weiß so, ne? Ein rotes? Ja. Eins, wo so ein braunes mit Gold, wo ein Auge drin ist? Ja. Ein gelbes? Äh, ja. Ein grünes? Ja. Ein weißes, was aussieht wie ein Stopp-Schild? Weißes, was aussieht wie ein Stopp-Schild? Ha, 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 ha. Negativ? Doch, da hinten. Okay. Ähm... Matsu, es fehlt tatsächlich das Curse-Eye, was du gerade eben gefunden hast. Nee, das ist doch hier hinten drinne. Das ist doch hier unter der Treppe. Ah, das ist da hinten gerade, das ist das Curse. Dann haben wir das Wächter-Auge, das rosane, das ist hier links. Ja. Das magische Auge, das ist das neben dem Wächter-Auge. Das Wächter-Auge ist da. Das Hexen-Auge? Das Hexen-Auge. Das Hexen-Auge. Die Hexen-Facilität. Okay. Ey, Kobold-Händler, das ist hier. Oh, cool. Getreed. Hier. Okay, Alter, ich bin weg, ich bin weg. Nee, nee, nee. So, meine Herrschaften. Nö. M-m. Nein. Ey, warte mal, ob wir dafür tauschen dafür einmal hier. Achso, du hast ihn weg, dann schmeiß mir das nur weg. Nö, nö, nö. Vergessen. M-m. J'ai-Rot du-Bau. Ja, ja, geh mal. Tschüss. Hau rein. Ey, Gott, ich hoffe, ich seh nichts. Stell mit mir nichts. Stell mit mir nichts. Stell mit mir nichts. Stell mit mir. Und ich da raus. Lass sie sehen, ja, ich seh euch, aber ich sie dann sehen. Okay, okay. Da oben, Alter. Nee. Ich guck nicht hoch, vergess es. Nein, ich guck nicht hoch. Nein, ich guck auf die Erde, nein. Nein. Warte, ich seh schon die Erd. Erd. Ich guck das Erd, Herr Poli. Jo, sneak mal hin. Hau mal ab. Ja, wir können doch hochfliegen. Ja klar, wir haben ja unsere Flüge. Nee, ich stürz ab, äh, das, lass mal. Dann schieß mal. Dann schieß mal. Alter, der schießt nämlich auf uns. Könnt ihr mal da oben schießen? Wie das denn schießen? Ich hab den Bogen mit. Digger. Der ist doch hochgeflogen. Du bist doch hochgeflogen. Nein, hier. Hm. Wo ist die Erd? Ich steh genau hinter dir. Oh, ich kann doch mal hochgeflogen. Ich kapiere, kapiere ich. Ich seh ihn nicht. Okay. Oh, du sollst da immer mehr mehr. Ich bin oben. Vielleicht noch nicht gern. Der Kollege scheint ein bisschen ungekiss zu sein. Ich hau mal die ersten Dinger weg. Oh, die machen Schaden. Ah, ha, 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 ha. Wo seid ihr denn beide? Wo seid ihr? Wir fliegen hier mit Flügel umruf. Ah, ha, 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 ha. Okay, ich bin bereit. Das geht ab. Das ist super. Ich brauche erstmal wieder leben. Ich geh verändern meine Platte. Und wenn er landet, wenn er landet, kau ich meine auf dem Bild. Wo landet der denn? Der landet hier in der Mitte, in dem Schwarzen. Ah, ha, 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 ha. ich versuche die gerade unten ich sehe nicht die ratte Boah, ich hab mal in der ihre Flaschen mitnehmen sollen, glaub ich. Alter! Hau ab, Mann! Hau ab, jetzt! Boah, Burs, Junge. Was ist denn das für Erz? Guck mal, da geht der Erz-Clone schon, weißt du? Nein, ich guck mal. Endstone Sterile Erz. Cool. Komm ran, hier. Komm ran auf den Löwe. Ich muss wieder, ja, ja. Ich so, hey, ja. Ich muss wieder steigen. So, wo ist er? Kommen ja hier die... So, uns fehlen noch Augen. Uns müssen noch... äh... Unstück was finden. Ja, ja, ich bin ja noch dabei. Ja, ne, ich muss nur gucken welche. Weil ich flieg ja auch durch die Unstück. Schau ja auch was. So, da ist noch einer. Da ist einer. Haben wir ihn hier bei mir? Hoffen ich. Um ein bisschen Schwung bekommen zu können. Okay, ich krieg hier einen. Äh... Ruck. Jawoll, hab ich. Und da drüben haben wir noch einen. Ja, hier unten auf einem kleinen ist noch einer. Den oben, den hohen hole ich. Hopp, hab ich. Oh, toll. Mein Totem auf Anleihen hat es gerade gezündet. Gut, ich bin in die Wand geflogen. Solches kommen ja hier die Bob. Ja, hier drüben oben muss noch einer sein. Genau. Genau, Svenny. Hallo? Endermänner. Da ist er. Da ist er. Echt. Ich glaub der ist irgendwo bei mir. Ich seh ihn nicht, aber ich hör ihn. Ja, der fliegt da dir rum. Ja, ja. Ich hab mir grad dermaßen nach oben geschleudert. Ich hab mir grad dermaßen nach oben geschleudert. Ich hab mir grad überbegriffen. Ich bin hier wieder. Ich brenne. Gut. Ich hab das Ding auch fertig. Die müssen eigentlich theoretisch alle haben. Der will aber nicht landen. Ja, ich lande das in anderen Empowern. Na nu, komm runter hier. Komm her du alter Waffnübel. Nu komm schon. Außerntgen flogen. Gut, dass ich live gezielt hab. Geg, geflogen! rops Mente flogen-alter direkt. Cool, ich bin mit zwei Herzen gelandet, bin wieder voll. Hat wer ne Fackel dabei? Wieso? Ja, äh... Gibt's Drachen ein? Ach nö. LOL LOL Ey, nun hau mich mal nicht hier. End ist? Ja. Kommt der wieder? Ey, komm runter. Dann nur noch besser. Was ist denn los mit ihm? Was bist du denn von mir jetzt denn? Mensch, geh weg. Aua, ab hier. Da ist er. Da ist er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Oh, hat er mir eine welche gegeben. Oh, richtig. Hau runter. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Schön auf den Kopf. Woah. Schön auf den Kopf. Woah. Woah. Hm? Fuck. Ja, Kollege. Du kannst mir zu viel rumschmeißen, wenn du willst. Ich kann auch fliegen. Oh, jetzt wollte ich aber mal was essen. Was krepiert denn? So, Mutti. So, Mutti. Das ist ne Packe, wir trinken. Hahaha. Hahaha. Halt's wittig. Aber wat. Digga, wie weit ist der mich denn hochgeschossen? Zu holen. Aua. Ohhhhh. Ohhhhh. Ohhhhhhh. 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 Feuerwerk. Ich möchte es auch heute mal auf andere eingestunden. Ich wollte mal sagen, dass es übrigens das erste Mal in aller zweitlichen Mannschaft steht, dass ich den Grafen gelegt habe. So, zu Ende. Mein Ernst. Ja, GG. Oh, oh. Habt ihr ein paar Level bekommen? Ich glaub gar nicht. Ich bin zu Hause. Ich war oben auf dem Togen und hab einfach nur mit 2 und Punkt falsch genug durchs Verhelfen. Ja, perfekt. Komischerweise, ich bin zu Hause jetzt. Die haben die richtig vorhanden gesprungen, ne? Ne. Ich stand ja mittendrin im Portal. Hahaha. So, echt hier fehlen nicht mal zu Hause. Ich bin zu dir, ja. Leo? Äh. Ja. Ne, ich stand ja unten mittendrin noch. Jaja. Hm? Nö, da hab ich drinnen gestanden, ey. Oh, noch war ich weg. Okay, und das Portal führt jetzt wohin? Nach Hause. Das führt nach Hause. Direkt nach Hause. HomeSeed Home. Hallo. Ja. Der haut das auf mich auf. Was wird hier? Nehmt ihr gleich mal mit hier, oder was? Habe ich denn das? Enterst, Paliumerst und noch ein erst. Wir haben hier 3 verschiedene Erste. Und am schönsten wäre, wenn wir unobtänien zentieren. Ja, wir können ja mal schnell die ganze Insel abbauen. So, so muss man halt auch laufen, Manni. Aber jetzt kannst du wirklich nicht sagen, jetzt haben wir einmal diese End-End-Girachen gelegt. Genau. Ja, habt ihr. Nein, wir. Genau. Wir. Wir. Genau. Tolle Wittonische. Komm, mein Schaden, den ich gemacht habe, war ein heißer Putz auf dem Stein. Du hast doch bei oben die Dinger weggerotten. Was finde ich jetzt von einem Immertraining? Ja, Zweier. Ja und? Zweier sind besser wie keiner. So ist es unten am Boden. Das ist also nichts. Richtig. Ich habe in der Nase gepuppelt. Oh. 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 Endermänner killen Endermann. What the fuck is denn das? Entschuldigung, die Ausnutzweise. Oh. Oh. Da liegt das. Entschuldigung. Ähm. Okay. Ich GP mich. Ähm. Bin ich sicher oder nicht? Ähm. Kannst du dich fragen? Sie tragen Leather-Rise. Oh. Ach komm. Du hast das Telefoniert und hast das Training und dazu? Ja mach ich. Warte. Muss ich wieder irgendwas noch mitnehmen? Hier ist alles cool. Ich hab hier nur so ein Schiff im Deck und wir wissen noch nicht was das ist. Okay. Kann ich mal was zu essen haben, Mann? Na komm her, hier. Ähm. Machst du's vor? Geil! Oh, Junge! Komm her, Alter! Komm her! Oh. Danke. Ich hab gesagt, Vater, ich hab nicht mal was zu essen am Mann und jetzt verreckig hier gleich. Danke. Du sollst stehen bleiben, hab ich zu dir gesagt. Meine Güte, Alter. Ich steh doch. Sonst wenn ihr auch um mich herum anfängt zu verheten. Gehen wir erst runter, gehen wir hoch, gehen wir gemeinsam... Ich geh runter. Okay. Weil hier oben alles vorn ist. Okay, komm. Hoch, runter, runter, runter. Wir bleiben oben, weil hier oben ja auch gerade alles vorn ist. Alles gut, finde ich. Wir machen erstmal hier jetzt schon Platz und machen den Spawner hier weg. Sind Spawner weg? Ja, dann stoßen wir runter zum Matsu. Spawner ist weg. Super, dann fahr runter. Ich bin gut mit aufschauen, ey. So, wie geht das denn? Ich bin gut mit aufschauen, ey. Aber ich kann auch ein Netherite droppen. Nur mal so mal hören. Oh, der hat eigentlich einen Fall gebraucht. So, jetzt bin ich der Captain. Oh, was ist denn hier? LOL. Jetzt bin ich der Captain, der Schiff ist. Oh, was ist hier los? Oh, ich geh das ab, Alter. Bam, Junge, komm her. Slime-Boxen. Echt? Watt in die Box. Ja, ich hab ein bisschen Slime gebraucht. So. Okay. In welche Richtung geht das denn heute? Ähm. Wo bist du denn hier gelaufen? Ja, hier in dem Nebenraum. Wo ich, ähm, Schreis-Belut-Probleme hab. Wo soll ich aber raten? Naja, die legendäre Goldhacke mit Halbbarkeit 3 EC3 zum Entzaubern. Die Schaufel mit Behutsamkeit und Halbbarkeit 3. Ehm, ich auch noch nicht mehr mit. Ähm, ja, die Niederätplatten nehmen wir noch mit. Wo seid ihr denn? Hier, einfach nur in dem Nebenraum. Ich bin nicht weitergelaufen. Ich bin kein... Ach ja. Weil den Raum klappst du ja hier auf, oder? Nee, ich klappst hier nicht. Doch, doch, da war auch nur ein Spawner drin. Den haben wir weggegangen. Okay. Mega. So, dann... Ich sag mal, hier unten. Hier unten geht weiter. Hier ist noch ein Forner. Hier sind noch zwei Forner. Okay. Oh, Bomben. Hübsch. Hübsch. Ah, das war mit Chef, oder was? Hübsch. Oh, schade. Moment, ich muss noch was auswahlern. Weil sonst... Mh... Ist das gleich Platz hier irgendwie schon. Ja, Platz hier irgendwie. Alles weg. Okay, gut. Wunderbar. Alles weg. Dann gehen wir wieder hoch. Mal wenigstens vollständig, dass wir nämlich sowas... Also hier oben müsste irgendwie noch vorne rein, weil hier schießt nämlich noch Schichtzeug durchgelegen. Hey, komm mal hier, komm mal hier mit deinem. So? Nack, nack. Nack, nack. Bitte? Oh, geil. Jööö, der ist fett, Juni. Buh, Juni. Mach's gelapsen mit. Wuhu. Aua, aua, aua. Äh... Äh... Oh, entschuldige bitte. Aber hier muss noch ein Scheiß kommen. Alter, die sind draußen auch ein Flügel. Ah. Komm her. Hochstab. Komm her. Na, schöne Diahose. Oder eine Bewussamkeit-Facke. Nimmst du mit, Benni? Ach, für Lilli nimm mal noch ein paar Satteln mit. Habt ihr da irgendwo grad ne gelbe Leiste? Das ist gerade richtig schön. Kuss auf. Aua. 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 Gibt das? Ich bin noch hoch. Bingo! Äh, ja, oh, oh, oh Gott. Oh. Oh, Entschuldigung. Ergemetzl. Oh, ist schon vorbei. Oh, Mann, feiler hat er. Ja. Ja, da noch was. Ja, hier hinter uns. Das ist jetzt vorne, oder was ist in der Chat? Ein grausiges, süßeres Skelett. Ha? Geht's? Ankommen, nether, schnitzapel. Die erste. Epische Goldstupe, schlug der Bindung. Medikumsfalten. Epische DLA. Oh, Mannstiefel. Nehmen wir mal mit. Ja, das ist der Komerkennungsbüro. Sehr stark. Wie? Äh, windsbüro. Du flog. Du flog. Du. Aufdelanna. Ongelötigt vor Ring. Ja. Okay. ich ja ich damit ich ich ja 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 du ja du kommst du an gar nicht du ich ja, die Schießböchsen ja gut, fertig gelobt hier würde ich mal sagen, das ist fertig gelobt Alter, hier ist ein Enderball hab keine Ahnung, wo ich hier rum war weil hier ungefähr 30 Gegner rumfliegen die auf mich geschossen haben, das war ein Streeper, der Dunkelheit äh, ja, hier ist Boss, hier ist Kopfweb äh, ich bin gleich durch äh, ich würd mal an eurer Stelle kurz abhauen, weil da ist unten drunter ein Boss der euch in Web setzt ich, oder ich lande mal oben, Moment der ganz vorne, wo wir angefangen haben zu landen, an der Spitze ja, die haben mich verfolgt so, yeah, lass ich rankommen, Alter, die Letze scheiße wo ist Svenny? Svenny, wo bist du? auf der Flucht hier ist er wo ist er? hier hängt er in der Decke da bin ich in die Decke rein ich bin da, wo der Enderdrache war und was ist da? die sind mir alle hierher gefolgt oh das ist nicht gut komm, Fallum komm, Bobi, komm, Fallum komm, Bobi, komm, Fallum komm her komm her ja, Svenny, was ist denn das hier? ach, wer ist denn das hier? na, gucki, gucki gucki, gucki gucki, gucki gucki, hast du genommen, jetzt fast Svenny, brauchst du Hilfe? äh, wenn ich sterben soll oder ich blick in das Portal rein komm, komm 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 so, wo ist Svenny? äh landen am Boden und zwar ne, Portal ach, ich schande das ist ja alles voll sag ich ja ich bin ne, Portal gelandet ich bin wieder die sind hier rübergeflogen dann kann ich Fisch ab oh abgestürzt ähm Gigi yo steh da einer aufm Boden? Ein episches Relikt habe ich sogar eingesammelt. Sehr cool. Equip it. Sehen aus wie so ein Bücherhaut. Back up. Back up. Da war der Stahlflug ein bisschen zu doll gerade. Mensch, komm mal rein hier auf den Leder. Komm runter. Hier geht doch. Noch einer? Ja, noch einer. Hey, hu. Hallo. Mein Name ist Matsuake. Wie heißt du? Kleiner Mann, komm mal her. Der will nicht mit mir reden. Und nicht mit mir spielen. So, er hat mal sechs Level verloren. Oh, bei dem Schwurz. So, sieht cool aus. So, nächste Videoaufnahme bitte. Nächste Videoaufnahme? Ja, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum. Gut. Okay, tschüss. guh.